Ja, hallo Freunde und ganz ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute gibt es ein Feature Q&A zu Alpha 3.23, genauer gesagt zum neuen IWA und zum PIE, also dem neuen Interaktionssystem und da gibt es einige neue Infos. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für das Star Citizen-Themen interessiert und kommt gerne heute um 15.30 Uhr rum in den Stream mit rein, denn es gibt einen neuen PTU, wir gucken uns einige Neuerungen und Verbesserungen an und es gibt eine Zeus mit LTE nach Wahl für euch, die wurden nämlich vor ein paar Wochen nicht abgeholt und deswegen geht sie neu raus. Also nicht verpassen, der Link ist unten wie immer im angepinnten Kommentar zu finden, vielleicht gibt es auch einen neuen Tech Preview Build, ich habe gehört, dass CRG davor hat demnächst was zu bringen, Stichwort Replication Layer und 30K Recover, mal gucken, ob das heute schon klappt. So, nun zum Feature Q&A und wir fangen mal mit dem neuen IWA an. Ich habe schon vor zwei Wochen ungefähr ein Video dazu gemacht, wo vieles schon erklärt wurde, das verlinke ich euch auch nochmal unten im angepinnten Kommentar, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal rein. Aber wir haben noch einige weiterführende Infos aus dem Star Citizen Live vom letzten Freitag und die sind ganz interessant und deswegen dachte ich mir, ich erzähle euch mal ein bisschen was davon. Wir gehen mal die Fragen einfach durch. Die erste Frage lautet, behalten wir den Schub im neuen IWA bei, wenn wir aus einem Schiff springen? Da geht es also darum, das Schiff fliegt zum Beispiel mit 500 Meter pro Sekunde und ich springe einfach raus. Und die Antwort hier lautet, nein, es gibt eine Maximalgeschwindigkeit und wenn man aus einem Schiff rausspringt, was gerade schnell fliegt und das ist schneller, als man selber fliegen könnte, dann wird man automatisch runtergebremst auf diese Maximalgeschwindigkeit. Die gute Nachricht ist aber wohl, dass man quasi unbegrenzt fliegen kann. Das heißt, man wird nicht mehr automatisch auf Null runtergebremst, sondern man wird nur gebremst auf die Maximalgeschwindigkeit. Mit anderen Worten, wenn wir mal eine längere Strecke mit dem IWA fliegen, das kommt ja durchaus vor, da müssen wir nicht mehr die W-Taste gedrückt halten, sondern wir schleunigen einmal auf Maxspeed und dann können wir loslassen und lassen uns einfach ein bisschen treiben. So, Frage Nummer 2, wie schnell ist denn nun eigentlich der neue IWA? Und die Antwort lautet, der IWA fliegt 10 Meter pro Sekunde. Das sagt euch wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel, der momentane IWA von 3,22 fliegt 6 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir sind etwa, naja, nicht ganz, aber fast doppelt so schnell. Das Schöne an der Sache ist, wir können das Ganze noch beschleunigen mit einem Traktorstrahl oder wenn wir aus dem Schiff rausfallen, denn die 10 Meter pro Sekunde ist nur die Maximalgeschwindigkeit der eigenen IWA-Triebwerke. Der generelle Maxspeed für den IWA beträgt 36 Meter pro Sekunde. Und das ist auf jeden Fall schon bedeutend schneller, als das, was wir aktuell so haben. Und das bringt uns auch direkt zur dritten Frage, wie funktioniert denn eigentlich der IWA-Treibstoff? Ihr wisst, in 3,23 gibt es den noch nicht, weil die Push- und Pull-Mechanik einfach fehlt. Dazu komme ich gleich nochmal ein bisschen im Detail. Aber wenn der Treibstoff dann da ist, dann läuft das nicht über Hydrogen, sondern über Sauerstoff. Das heißt, der IWA wird sich automatisch in jeder Atmosphäre von alleine auffüllen, so wie auch unser Raumanzug auch. Der hat ja auch Sauerstoff. Ihr wisst ja, wenn man irgendwo in einer luftdichten Atmosphäre ist, dann füllt sich der O2-Tank von selbst. So, Frage Nummer 4. Wie wirkt sich eigentlich die Masse des Charakters auf den IWA aus? Also wenn ich jetzt viele Rüstungen, schwere Rüstungen und Waffen und so dabei habe. Die Antwort lautet, in 3,23 erstmal noch gar nicht. Das ist alles überall gleich. Aber in Zukunft will man sich das nochmal genauer angucken. Und es soll auch verschiedene Arten von IWA-Packs geben. Also verschiedene, ja, Triebwerksarten. Die können dann schneller fliegen, zum Beispiel verbrauchen dafür aber mehr Sprit. Oder langsamer und man hat mehr Sprit. Und dann könnte auch das Thema Gewicht eine Rolle spielen. So, Frage Nummer 5. Zero-G-Push- und Pull-Mechanik. Wie gesagt, die kommt erst noch. Die erlaubt uns, uns festzuhalten an Objekten. Das wisst ihr schon. Oder auch mit solchen Mag-Boots quasi. Oder mit magnetischen Händen uns Sachen, ja, so anzuertatschen, wenn man so will. Und da ist eben die Frage, wie ist denn das eigentlich, wenn ich mich an einem Schiffchen, was gerade fliegen will, festhalte? Kann ich dann quasi als blinder Passagier mitfliegen? Und die Antwort lautet, ja, das wird gehen. Aber, wenn der Pilot zu schnell fliegt oder zu krasse Manöver macht, dann löst sich diese Verbindung automatisch. Und man wird abgetrennt quasi von dem Schiff, wo man sich festhält. So, vorletzte Frage. Kann man denn auch mal Nahkampfangriffe im neuen EVA durchführen? Und die Antwort lautet, jein. Also, Takedowns, solche Überraschungsangriffe, um den Gegner quasi ohnmächtig zu machen, die gehen nicht. Aber man kann wohl mit einem Messer angreifen. Und wenn ein Messerangriff geht, dann wird wahrscheinlich auch Boxen gehen. Das weiß ich nicht. Aber Messer haben sie explizit genannt. Das wird funktionieren. Und später wird es noch weitere Optionen natürlich geben. So, und dann noch die letzte Frage. Funktioniert der neue EVA eigentlich auch in der Atmosphäre? Und da sagen sie leider nein. Sie überlegen sich aber ein paar Dinge, wie Parachutes oder ähnliches, um in der Atmosphäre uns Möglichkeiten zu geben, dass wir halt nicht aus dem Schiff rausspringen und dann sterben jedes Mal. Müssen sie ja irgendwas machen. Vielleicht ein Wingsuit. Ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Ich persönlich kann hier nochmal ganz kurz einwerfen, was ich für eine Idee hätte. Wie wäre es denn damit, wenn der EVA auf Kosten des gesamten Treibstoffpools, den er hat, einfach so einen starken Boost machen kann in der Atmosphäre? Zum Beispiel mit Doppelleertaste. So eine Art Powerjump, wenn man so will. Und dann ist der Tank zwar leer, aber ich kann zumindest eine gewisse Gegenbewegung machen. Die darf natürlich nicht ausreichen, dass ich außen im Himmel falle und unten einfach nochmal lande. Aber so ein bisschen mich abzubremsen, so ein kleines bisschen, um einen hohen Fallschaden zu verringern. Oder um zum Beispiel auch mal ein bisschen irgendwo hochzukommen. So ein bisschen wie bei Elex, kennt ihr vielleicht. Das fände ich persönlich sehr, sehr, sehr schick. Aber da gibt es aktuell wo keine Pläne. Ist nur so eine Idee von mir, um das ein bisschen hübsch zu haben. Gut, nächstes Thema ist PEE. Also das neue Interaktionssystem. Und da gibt es vier Fragen zu. Erstens kann man eigentlich sein Interface auch ausblenden. Und die Antwort lautet aktuell mit 323 noch nicht. Soll aber später gehen. Sie wollen wohl, dass du sogar einzelne Teile ausschalten kannst. Zum Beispiel die Minimap vielleicht oder ähnliches. Aber wirklich konkret werden sie hier noch nicht. Frage Nummer 2. Wird das neue Interaktionssystem die innere Sicht ersetzen? Also F gedrückt halten und dann mit der Maus da rumwurscheln? Und da ist die Antwort nein. Das alte System bleibt bestehen. Das neue Pi wird im Prinzip nur ergänzend dazukommen. Frage Nummer 3. Wie wirkt sich eigentlich das Pi auf Vehikel aus? Und da ist die Antwort recht simpel erstmal. Nur geringfügig. Diese Maus-Over-Hover-Menü-Listen, die wir bekommen, wenn wir über irgendwelche Buttons drüber hovern, dann die verschwinden. Es gibt dann die Hauptauswahl, die wir festlegen können. Primäre Aktionen, sekundäre Aktionen und dann per Rechtsklick das größere Menü. Und somit entfallen diese Listen. Aber ansonsten, der Rest bleibt noch gleich. Es wird in Zukunft aber noch weiter ausgebaut und verbessert. Und man will ja später an den Punkt kommen, wo man die ganzen Buttons alle richtig physikalisch drückt. Das ist wohl noch nicht in 323, aber kommt dann da später mit rein. So und letzte Frage, die viele interessiert, wie ich weiß. Werden alle Helme das gleiche hat haben? Und da ist die Antwort ja. In 323 zumindest sollen erstmal alle Huts komplett gleich sein. Nämlich das, was wir schon gesehen haben, auch in derselben Farbe und nicht veränderbar. Und es ist auch keine Möglichkeit aktuell in der Diskussion, noch nicht irgendwie angedacht, dass wir unsere Huts gewissermaßen kustomisen können. Das heißt, wir können nicht etwa sagen, wir ändern mal hier die Farbe oder wir schieben da irgendwas rum. Das ist nicht geplant. Was sie geplant haben, ist ein Farbenblendmodus. Logisch, muss ja sowieso mal gemacht werden. Da sind, glaube ich, einige auch von betroffen. Die hier zuschauen vielleicht, können wir in den Kommentaren schreiben. Und sie wollen, dass die Huts sich eben abhängig vom Hersteller und abhängig vom Einsatzzweck entsprechend unterscheiden soll. Das heißt, es wird einen Industriehelm geben. Der hat ein anderes hat als der militärische Helm. Ob das Fadenkreuz zum Beispiel, was wir ja dann in 323 generell haben, mit einer gezogenen Waffe zumindest, ist, das ist nur bei militärischen Helmen so. Und das ist wohl auch in 323 bereits so eingebaut. Aber auch hier, wir müssen es erstmal testen, wenn dann der Patch da ist. Und das bringt uns eben auch zur großen Frage, wann kommt denn 323? Nun, ich kann euch noch nicht allzu viel sagen. Leider, ich habe noch keine konkreten Infos. Es kann sein, dass demnächst ein Evocati-Patch losgeht. Und dank dem Fall des NDAs, in den meisten Bereichen zumindest, können wir uns dann Patch uns angucken und auch ein bisschen darüber quatschen. Und dann dürften wir relativ schlau werden, wie das Ganze aussieht. Aber Stand jetzt momentan ist noch gar nichts. Das wird also noch ein bisschen dauern. Ich denke aber schon, dass es im Laufe des Februars zumindest mal losgeht und wir dann uns stückchenweise informieren können und dann eben auch bei F1 und so weiter geöffnet werden. Der Liefertermin für den Live-Patch ist ja April. Also eher Ende April wahrscheinlich. Und insofern ist noch Zeit. Es rennt Ihnen erstmal auch nichts weg. Aber naja, so langsam müssen Sie dann schon mal anfangen bei so vielen Features, die da geplant sind, was online zu bringen und auch zu testen. Ja, ansonsten, wie gesagt, nach dem Stream schauen Sie uns noch einige Sachen an im Detail. Wir haben noch ein paar News für 3.23 mit dabei und gucken mal, was der neue PTU macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf nachher. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017